Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen bekommt mal wieder sein Fett weg. Jetzt lästert Schauspielkollegin Gerrit Kling. Nach 40 Jahren auf der Theaterbühne und im Fernsehen hat Gerrit Kling, 58, schon viele Kollegen kommen und gehen sehen. Große Künstler erkennt sie auf den ersten Blick, Talentfreie möchte gern Darsteller aber auch. Wer das in ihren Augen ist? Offenbar kein geringerer als Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen, 42, Gerrit Kling lästert über Florian Silbereisen. Als Traumschiff-Kapitän musst du keine tiefschürfenden Schauspielerqualitäten haben, verriet sie jetzt in einem Interview. Dir muss die Mütze stehen. Flori, vor der Kamera nur ein Leichtmatrose? Autsch! Doch mit dem indirekten Vorwurf, er sei eine Fehlbesetzung, steht sie nicht alleine da. Schon die ehemalige Chefstuadess der ZDF-Serie. Heide Keller, 81, redete sich einst um Kopf und Kragen. Er sei zu jung, zu unerfahren, wetterte sie. Es war der dämliche Blick auf die Quote. Das ZDF glaubt, dass er sein ganzes Publikum mitbringt. Armer Flori! 2011 war Gerrit Kling das letzte Mal auf dem Traumschiff. Fraglich, ob sie so schnell wieder eingeladen wird. 2. Vielen Dank.